Im strömenden Regen kämpft der ETV um die Resthoffnung im Abstiegskampf. Neun Zähler beträgt aktuell der Rückstand auf das rettende Ufer. Da braucht es heute gegen den vorletzten Kiel-Jakiel fast schon zwangsläufig einen Sieg. Mut machen dürfte der überraschende Auswärtssieg bei Phoenix Lübeck vor rund zwei Wochen. Mit so einer Leistung wie gegen den Tabellendritten muss der ETV den Abstiegskampf angehen. In der Anfangsphase pressen die Kieler sehr hoch und lauern auf dem schwer zu bespielenden Rasen auf Ballgewinnen. So wie hier Ayildiz nimmt Alt mit, Julius Alt. Die erste Chance gehört den Gästen, die in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Spiel gewinnen konnten. Und der Platz sorgt weiter für Probleme beim ETV. Keeper Fofana rutscht weg, das wird sofort bestraft. Benno Bokulapes mit der Führung für Kiel. Ein ganz krummes Ding, aber genau auf diese Momente lauert Kiel. Da hilft auch kein Taktieren. Solche Aktionen können oftmals spielentscheidend sein. Aber die gute Nachricht für den ETV, es bleibt noch eine Menge Zeit, dieses Spiel zu drehen. Fünf Minuten später, Bär, perfekt, in den Lauf von Henry Köberer, Ausgleich. Die schnelle Antwort von Eimsbüttel, extrem wichtig nach diesem unglücklichen Gegentor. Köberer macht das eiskalt gegen Tom Paschulski. Und dieser Ausgleichstreffer ist der Auftakt zu einer ganz starken Phase des ETV. Mohamed, Niklas Bär im Doppelpass, klasse gespielt. Akiol startet, Eimsbüttel dreht dieses Spiel innerhalb von drei Minuten. Dabei ist dieser Treffer fast eine Kopie des 1 zu 1. Dominik Akiol wird im richtigen Moment von Niklas Bär geschickt. Paschulski hat erneut das Nachsehen. Der Topscorer ist wieder zur Stelle. Plötzlich sind hier die Kieler gefordert, die ja schon zwölf Punkte Rückstand haben. Auf einen Nichtabstiegsplatz. Aber kurz vor der Pause, Harder auf Schulz. Eimsbüttel kommt nicht in die Zweikämpfe rein. Schulz, der Reingabe, fliegt einmal quer durch den 16er. Pedersen macht den Ball nochmal scharf wieder. Beno Pukulabes. Aber Fuffana mit einem Riesenreflex. Vorhin noch der Pechvogel, jetzt rettet er die knappe Pausenführung. Der ETV hat sich im Laufe dieser ersten Hälfte deutlich gesteigert. Aber trotzdem ist mit den Kielern immer zu rechnen. Auch nach dem Seitenwechsel. Luca Aucci hat die erste Möglichkeit. Fuffana ist zur Stelle. Wir machen einen größeren Sprung und landen in der 70. Minute. Akiol Lequer für Niklas Bär. 3 zu 1. Ein wunderbar herausgespielter Treffer. Die beiden Besten beim ETV im Zusammenspiel. Dieser Treffer zieht den Kielern natürlich jetzt den Stecker. In der Schlussphase ist von den Gästen keine Aufbäume mehr zu erkennen. Stattdessen legt Eimsbüttel nochmal nach. Auf einmal funktioniert alles. Maximilian Baifi beseitigt auch noch jegliche Restzweifel an diesem Sieg. Bei Kiel ist der Widerstand endgültig gebrochen. Und einen gibt es noch. Wir sind in der Nachspielzeit. Das sind jetzt schon Auflösungserscheinungen bei den Kielern. Gleich drei Anspielstationen im 16er. Mit Leptin zum 5 zu 1. Partystimmung beim ETV. Fünf Tore gegen einen direkten Konkurrenten im Abschließkampf. Das ist natürlich mehr als ein Befreiungsschlag. Kurz darauf ist dann Schluss. Eimsbüttel gewinnt mit 5 zu 1 und fährt drei ganz wichtige Punkte ein im Kampf um den Klassenerhalt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.